Jesus kam auf seinem Weg an zehn Menschen vorbei. Sie wohnten abseits vom Dorf, weil sie krank waren. Als sie Jesus sahen, standen sie auf und riefen, Jesus, komm uns lieber nicht zu nahe, aber wenn du kannst, sorge für uns. Sofort kam Jesus näher, überwand die Distanz und redete mit ihnen. Und er heilte alle zehn. Geht zum Tempel und dankt dort Gott dafür, dass ihr gesund geworden seid. sagte er zum Abschied und ging weiter. Wenig später kam ihm einer der Geheilten entgegen und bedankte sich von ganzem Herzen bei Jesus. So froh und glücklich war er, endlich nicht mehr krank zu sein. Auch ich danke Gott. Und ich danke von ganzem Herzen all den Menschen, die in unserem Land dafür sorgen, dass wir die Krankheit gut überstehen.